Aus für Riester-Rente. Finanzministerium plant Reform der privaten Altersvorsorge. Und damit Moin zusammen. Ihr seht hier schon ein paar Tage alten Artikel. Bei der Welt. Es ist schier lächerlich, was dieses Land hier gemacht hat. Die Riester-Rente werden einige von euch kennen. Nebenbei gesagt, wenn man die Riester-Rente gemacht hat, dass man am Ende, wenn sie denn dann ausbezahlt wird, noch dazu genötigt wird, das mit ca. 30% zu versteuern wie ein Einkommen, ist das eine bodenlose Frechheit. Und klar, man kann natürlich sagen, ja gut, hier in Deutschland wird ja alles versteuert, da hätte man ja mit rechnen können. Aber dass das in dieser Art und Weise durchgeführt wurde und wird, ist schier lächerlich. Die ganze Rente soll jetzt zum Jahr 2024 aktualisiert in Anführungsstrichen werden. Und was jetzt hier gemacht wird, das wird genauso scheitern wie die Riester-Rente. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Das ist schade drum. Man sollte hier vielleicht mal überlegen, als ich seinerzeit 2019 war, in Arizona war und auch mit einigen Amerikanern darüber gesprochen habe. Also ich war in Phoenix in der Ecke unterwegs, in Arizona geschäftlich. Und die haben fast alle ein 401k, also 401k. Ja, das ist so eine Art Anlageplan, den man früh starten kann, bezahlt da jährlich sein Geld ein und hat dann die Möglichkeit zu gewichten und zu sagen, ich möchte jetzt in Aktien investieren, hier soll investiert werden, da soll investiert werden etc. pp. Und ja, ich setze ganz klar voraus, dass Bürger diese finanzielle Intelligenz haben, solche Entscheidungen treffen können. Weil wenn man sich das anguckt, gibt es dann teilweise Postboten oder ähnliches, die gehen dann in Rente und haben eine Million Dollar und mehr in diesem 401k angespart und angesammelt über ihre Lebenszeit. Das funktioniert. Aber klar, hier von Eigenverantwortung und Investitionen zu sprechen in Deutschland ist vielleicht ein bisschen mutig, sodass das viele einfach bis heute noch nicht auf dem Schirm haben. Und man sollte natürlich auch dazu sagen, wir wissen doch alle, wo das Problem ist, dass dieses ganze System hier einfach nicht mehr aufgeht, weil wir einfach zu viele Menschen drin haben. Natürlich, klar, hier ist die Struktur und auch der demografische Wandel zwei ganz, ganz große Gründe natürlich. Aber wenn man immer mehr sich bedient aus diesem großen Rententopf, dann kann das ja nicht mehr aufgehen. Das ist doch ein grundlegendes Problem. Und solange man diese Ursachen nicht angeht, hat man keine Möglichkeit, egal wie man die Struktur und das System und dem System auch einen neuen Namen gibt, verändert, dass es sich verbessert. Dass man jetzt hier hingeht und im Gespräch sind auch staatliche Zulagen für die immer beliebteren ETFs. Ja, das ist sinnvoll, das ist gut, aber das muss dann auch in einem gewissen Ausmaß kommen und natürlich auch für den Lieschen Müller und sonst wen, die sich mit den Themen nicht so auskennen, umsetzbar sein. Und ich glaube, daran könnte das Ganze wieder mal scheitern. Schreibt mal eure Meinung jetzt unten rein. Ich bin gespannt drauf. Bis zum nächsten und ciao.